Willkommen in der Folge 1-2-1 Hallo meine Lieben Hi Ich wollte sagen, ich hab deine neue Seite, ne? Hallo Lieben Direkt, ne? Das ist schon ziemlich kühne Sache, die du machst, ne? Wieso hast du bei mir einen Alex? War ich bei dir immer noch diesen Dummskin? Ah, okay Ja, sehr interessant, was du da machst Oh, ja, okay Okay, ähm, lass mal jetzt Oh, okay Uh, ich hab voll Äh, ich hab Rügnis verworfen Hä, ich hab gar nicht Dings Nein Hab ich, ne, ich hab nur Power 5 Wie leise du bist Hm? Ja, ja, cool, ne? Nee Hä, wieso hab ich laber nicht in meiner Hotbar? Ja, weil du die Hotbar machen musst, ja, wir sind so ein Klang hat wieder So, da sind wir der nächsten Runde mit meinem Kit Mit meinem SG-Kit Ah, okay Was haust du mich? Muckst du mich aufhören? Baum 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 play easy Weiß ich, ihr kennt das bestimmt von Baumlau Ha, 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 ha Uh Ah, Junge, nur mit deinem Scheiß Ah, man, das ist cool Und Alter, wir gerade aber auch ein bisschen gibt, also ein bisschen besser in sich geworden Seit drei Jahren Oh, no Okay, wir sind jetzt noch ein Cut wieder Okay, da sind wir dann in der nächsten Runde Ja, das ist toll, denn jeder mag uns, denn du bist ein Troll Okay 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 Brrr Ey, kennst du, war, war, Katja Sag mal Katja Katja Kracher Blitz Nein 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 Insem, love, I'm with you Ganz auf mein Level Bier Brrr Wir sehen uns in der nächsten Runde Wenn du das einschneidest Siehst du, der wieder jetzt da Ja, oder nicht so, ne Oh, heck, 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 heck Heck, oh mein Gott, der Heck Okay, okay Da muss man ein bisschen Heck-Taktik anmachen Wie er die Heck-Taktik anmacht Mhm, okay, der Heck, der hat TNT geplantet TNT-Hack auch Ja, TNT-Hack, wir kennen ihn nicht Okay, 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 okay Oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ahhh Die Heck-Taktik funktioniert Er kriegt mich nicht Oh mein Gott, die Heck-Taktik Heck-Taktik Nein, ich muss nur lachen Ich kann gar nicht so Bipi spielen Bipi, bipi Mama, nein Nein Er sagt, ich bin kleiner Speggie Nein, ich dachte, du hast ihn nicht gesehen, das ist eine Cooltelme Ja, okay, wir sind gleich wieder So Halt Oh Das war rekt Hey, ich bin Marcel Dara von 101, ich bin den Internet-Taktik an Ja, mit Schneid Für nur 399 Euro für eine 1 Lass mal, lass nur Frieden Warum, warum müssen wir uns eigentlich immer bekämpfen? Ich weiß das nicht Ich weiß das nicht Lass uns mal den Frieden bauen Ja, lass mir hier so ein Haus bauen So, für das Haus Hatte ich hier eher noch so ein Dach Ja, genau Geh mal rein, geh mal rein Ja, und Lava bitte auch Hm Aber, aber nein Aufhören Aufhören Die Frieden Oh, ich verliere die Die Norden Michael Michael Wie du einfach kein Lookback bekommst, ne? Ja, wir hängen Einfach, wir hängen Für den Norden Ich hatte gerade einen Halbschwert im Bus Ja, du hast doch einen halbschwert im Bus Ja, du hast doch einen halbschwert im Bus Ja Ja Die können die Aufnahmen mit dem Hängen bleiben Wie du hängen Du hängst Äh Er hängt immer auf Ein richtig krasses Server Der heißt so 3 7 Punkten Ja Das glaube ich Ja Brrrr Brrrr Mama, nee Irgendwann nicht Das häusliche Gewalt hier Häusliche Gewalt I don't know what Wir sehen uns in der nächsten Runde So, das war's vom Video Und würdest du noch Freunde sagen? Ja Okay Äh, lasst Liken Also wenn du lustig hinschauen Tschüss Wenn die Freunde direkt mit mir Ich bin ein... Ja Ich bin ein... Entwinde Abstand Ich bin Entwinde